Ja, die Rebecca hier, das ist ja ein Ding hier für sich selbst, richtig und selbst gestrickt ist das hier, erzählt hier im Dschungel, im Zerguss sieht alles ganz anders aus, Wahnsinn, was die hier alles für Leute hier in den Dschungel stecken, in den Dschungel kämpft damit einer hier König wird oder Königin, Wahnsinn, im Dschungel, hier im Dschungel sind wir jetzt, hier und da sehe ich die, oh, im Zerguss sieht alles ganz anders aus, ja, macht's gut, bis dann, ja, ciao.